Faszination Costa Rica Makenque ist ein bedeutendes Tropenwaldschutzgebiet im biologischen Korridor Mesoamerika. Es liegt weit im Norden, am breiten San Juan-Grenzfluss zu Nicaragua. Das 50.000 Hektar Naturschutzgebiet ist in öffentlich-privatem Besitz. Es beherbergt eine üppige Pflanzen- und Tierwelt, darunter den seltenen grünen Ara Ambigus-Papagei. Gepflegte Naturlogis sind komfortable Ausgangspunkte zum Besuch des faszinierenden Makenque Naturreservats. Costa Rica – Träumen ohne Grenzen